Niedersachsens Landesregierung will mit einer Sonderregelung der Corona-Verordnung Herbst- und Weihnachtsmärkte möglich machen. Die Betreiber dürfen den Zugang selbst regeln und die Abstände zwischen den Ständen so festlegen, dass größere Personenansammlungen vermieden werden. Der ursprünglich strengere Entwurf war nach Kritik der Kommunen entschärft worden. Zugang sollen nur Geimpfte, Genesene oder Getestete erhalten. Die Landtagsopposition kritisiert die Verordnung, weil größere Veranstaltungen wegen der Auflagen kaum durchführbar seien. Untertitelung des ZDF für funk, 2017